An diesem Black Friday können Sie auslösen. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier ist Poxgebiet. Die Brücken sind eine echte Gefahr. Dass es nicht genügend Impfstoff gibt, um alle... ...teht kein Grund, in Panik zu verfeilen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenrad. Werte von Strom ausfällen, Gaslecks und Brennen? Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen mehr. Wir wollen eine weitere Nacht im Zeichen von Plündern. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheims. Brand an der Ecke Houston und Wind. Die Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder Türk... Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus... Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Eliteagenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist die Reste zu schützen. Wir sind ihre Kollegen. Wir sind ihre Nachbarn. Wir könnten auch... ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind... The Division. Die Division waren normalerweise. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Markierte Position in der Nähe Wir sehen aus, als wir haben noch nicht den Tod. Komm schon. Meine Hand! Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Wenn du den Anführer des Feindes tötest, bedeutet das die sofortige Beförderung für alle ihm untergebenen. Das heißt nichts anderes, als dass man die Anführer auf der anderen Seite niemals los wird. Weil da immer ein neues Arschloch ist, das bereit ist, seinen Platz einzunehmen. Was wir uns zum New York, der Gegenwart bringt. Ja, ich weiß, dass ihr alle happy wart, als die Nachricht von Colonel Bliss tot gerundemachte ist. Er war der Obermacht beim Last Man Battalion und ohne ihn würde die ganze Truppe auseinanderfallen. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Aber warte uns. Die Beweise für diese Theorie sind doch ziemlich dünn. Sie müssen da stands für jeden Fall! Sie müssen da stehen! Ich weiß, ich weiß. 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 Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, 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 ich weiß, ich weiß. 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 Ich weiß, ich weiß, wie Sie weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, wie ich weiß. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Das war ein guter Kampf. Lass den Amtraum zurück. Die Schuhe ist so stark. Das ist ein Gebiet. Die Schuhe sind nicht organisiert. Ich muss das durchstehen. Verdammter Abschauen. Mann, gut, dass Sie auf unserer Seite sind. Wann sind wir da? Wir müssen genau diesen Arsgeiern schützen. Das war ein guter Kampf. Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Gegner im Anmarsch. Mann, frier ich. Mann, frier ich. Mann, frier ich. Mann, frier ich. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Nimm das! Feuer auf Gott! Feuer auf Gott! Geht nur was ich muss! Geht nur was bei euch! Angeln auf Gott! Alarm! Feinde entdeckt! Das ist doch scheiße! Ich hätte viel Ziel in uns! Das ist doch scheiße! Ah! Wollt mich hier raus! Nicht so laut! Mach sie nicht wichtend! Seid da enftig und gib mir Zeit, uns hier rauszubringen! Hey, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, aber ohne Sie, dann Sie geliefert werden. Danke. Ich weiß nicht weiter. Alarm! Feinde entdeckt! Ich sag's dir, das Last-Man-Battalion ist völlig irre. Ich muss mich bei Ihnen, Entschuldigung. Das Ding kriegt in die Locken! Alarm! Beitraggegner unterwegs. Tut was zu tun, da kommen noch mehr! Warnung! Weitere Feinde im Einarsch! Verdammter Abschaum! Schieße! Ach, du holst! Start! Entschuss! Ich schaff dir nicht! Weg von mir! Start! Heiliger Scheiß! Nutzt die Überzahl! Ich schaff dir nicht! Doch, ich schaff dir nicht! Ich schaff dir nicht! Das ist jedes Feuer auf das Fliegen. Ich schaff dir nicht! Schießt weiter! Sie haben ihn! Harnung! Feinde in der Nähe entdeckt! Wir müssen den Block von diesen Ausgaben! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Versteckt! Unbekommen keine Korrektippe! Reißen ihn weiter ein! Oh Mann! Ich glaube, er battle! Ihr Hände mir Freunde mitbringen sollen! Wir müssen den Block von diesen Ausgaben auseinziehen! Schnell jetzt, Gott, Mann! Auf! Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Danke für die Unterstützung. Alarm. Weitere Gegner unterwegs. Oh shit! Weitere Gegner! 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 Alarm! Heinde entdeckt! Was ist das? Gegen Sie möchte ich nicht kämpfen! Klasse gekämpft da draußen! Alarm! Weitere Gegner unterwegs! Auf geht's! ja 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 Wir haben alles gemacht. Gegen sie möchte ich nicht kämpfen. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Ausgezeichneter Arbeitsagent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende.